Falls ihr gerade keine 55 Euro für den Reinigungsschaum von Dr. Barbara Sturm übrig habt, dann habe ich hier zwei Alternativen für euch. Und zwar einmal den Reinigungsschaum von Balea Med und den Isana Pure Reinigungsschaum. Alle drei Produkte teilen sich das gleiche Basistensit und sind parfümfrei. Und jetzt ratet mal, wie viele Flaschen ihr euch von dem Isana Reiniger für 55 Euro kaufen könntet. 24